So Leute, wir befinden uns hier gerade im Ladebildschirm. Wir haben das letzte Mal den Prolog beendet. Wie hast du mich gefunden? Und jetzt geht's weiter. Wir haben Fagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapur. Heimat des goldenen Pfads. Wer ist das? Ja, ich bin das. Wo ist Japan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gay. Mohan so. Hallo. Damit wir uns verstehen. Japan ist tot. Und du bringst mir den hier? Ich hab nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Ich bin Terrorist. Ich bin Terrorist. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn dalassen? Würde Pagan jetzt auf jeden Fall denken von mir. Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Wir kommen den Kopf rein. Komm zu mir, wenn du so weit bist. Okay. Ich bin so weit. Hey, geh doch nicht weg. So, was kann man denn jetzt hier machen? Bannapur. Super. Kann ich jetzt speichern? Oder wie sieht es aus? Ah, hier, endlich speichern. Gut. Ada. Sehr schön. Hi. Ich will nichts mit Baggernmin und seinen Soldaten zu tun haben. Hm, verstehe ich. Ich will einfach nur meine Ruhe. Hm. Der goldene Pfad hat frisches Blut bekommen. Darum werden wir siegleichen. Gibt es jetzt hier auch eine Karte oder sowas? Ja. Die Kurs ist ein... Ach, du Scheiße. Die Welt ist ja mal richtig groß. Was? Wo ist denn das hier? Hm? Wir sinken hier so schön. Ich finde das hier richtig cool, wa? Guck dir das mal an. Ey, das ist ja grafisch. Oh. Alter Verwalter, ey. Ist das geil. Da werde ich mir auf jeden Fall hier mal so ein paar Screenshots sichern für meinen Desktop-Hintergrund. Kann ich hier aufmachen? Komm, mach auf. Oh. Gib ihm das Morphium und schalte das scheiß Radio ab. Oh. 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 Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug. Mhm. Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen. Um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du nicht verletzt. Okay. Okay. Eine Wachen klingt schon mal gut. Das sollte doch machbar sein. Ah, ist das geil hier. So. Propagandamaschine. Ist das der Glockenturm? Da muss ich hin? Hier. Das ist hier. Hier hat man mal Platz. Kann man das sammeln oder was? Ratsch. Roulette ist das. Aber auch schön, dass alles so auf der Karte angezeigt wird. Ah, geil. Nicht euer Ernst, oder? Ey, ehrlich. Huiiii. Ich feiere das gerade so dermaßen. Ja, komm. Sieht man trotzdem jeden Tag was Neues. Das kann ich mir dir kaufen. Neue Waffen freigeschaltet. Sehr gut. 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 Alter. So. Kaufen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Mal Seitenwaffen. Was sind denn Seitenwaffen? Einfach nur so was. Kleines hier oder was? Okay. Richtige Waffen. Einzigartiges. Alter, Alter. Munition. Karten. Eigentlich hatten wir unschlecht. Auch ganz schön teuer. Sehr krass. Verkaufe waren und werfen zu verkaufen. Sehr schön. Hammer. Achso. Muss ich jetzt selber Rad auswählen. Wartet mal kurz. So Leute. Da sind wir wieder. Da muss ich mal kurz helfen hier. Wir machen mal Schlepperkauf. Da komm. Hau alles raus hier. Was wir so nicht brauchen. Vielen Dank. Ja. Bitte behebe mich bald wieder. Oh geil. So, wir geben ich den Gas. Fahrzeug steuern. Lenken. Da schießen. Handbremse. Ein aussteigen. Gut. Fahren, schießen. Schießen. Wurfgeschoss. Ah. Ganz einfach. Okay. Okay. Ach, Fahrhöfe, da fährt er automatisch oder was? Nö, ist auch nicht schlecht. Da kann ich dann schön beiquatschen. Muss ich hin? Da hoch muss ich, oder? Da muss ich hin. Schieter. Wo sind wir da? Nur den Vergas? Ah, hier. Okay. Komm ich da irgendwie hoch, oder? Da haben wir Platz. Alter. Ist mit dir nicht richtig. Kannst du hier einfach so vor mich hier. Was ist denn los mit dir? Na ja. Na ja. Jetzt mal zum Sammeln. Ja, genau so pflückt man Blumen. Schande. Ach, die Schande. Tag dir. Der Haken. Geiles Teil. Ich würde mich erst mal untersuchen. Kann ich nicht. Ja, komm, dann geh hoch hier. Kann ich ihn jetzt wieder mitnehmen? Ah, ne. Ah, ne. Kann ich nicht. Einfach wieder hoch. Gut. Aber auch eine komische Reiseart hier. Gibt es noch eine Treppe runter. Gibt es noch eine Treppe runter? Oder gab es die nur mal? Die gab es mal. Gut, okay. Okay. Wow. Auch da haben wir jetzt. Gut. Ah, okay. Dann schwingen wir uns mal rüber da, ne? Oh. Ich war da ein bisschen zu viel. Dope. Ja. Naja. Ja, wie schon die Kletterhaken jetzt eigentlich wieder losgekriegt? Naja, auch egal. Alter! So, und nun? Fliegen die jetzt so weg, oder? Ich komme hier mit der Steuerung noch nicht so richtig klar. Die Spitze müssen wir erreichen und dadurch kriegen wir den Nebel hier weg. Ja, das ist gut. Sind die jetzt noch Gegner? Ich weiß es nicht. Kommen wir durchsuchen den hier erstmal. Vielleicht finden wir ja noch was Schickes. Ein bisschen Geld werden wir auf jeden Fall kriegen. Klartex-Handschuhe. Das entfernen wir mal. Weg mit dem Scheiß. Schöne Propaganda. Kann ja wohl nicht angehen hier. Schön Tibet hier. Es hat eine Beteilung des Ministeriums. Das ist jetzt mal eine große Strom, ne? Ich möchte mal platzieren. Kürat wird nur ein Jahr nach Tagerspielsankomst und 99% gesunken ist. Machen Sie Kürat für seine Bewohner sicherer und stärken Sie Tagerspielsrücken. Treten Sie der Royal Army bei und machen Sie Ihre Familien stolz. Welches Miniprogramm, ne? So, hier bin ich hoch. So. Eieieiei. Was sind hier? Lesen wir mal. Gesundheits- und Sicherheitswarnung. Ist offiziell verboten. Naja. Tut es eigentlich jetzt nicht stört. Oh. So. Einmal treten. Einmal treten. So. Hier mit dem Unrat. Da gehört ihr ja nicht hin. So. Und eben mal hoch. Ich muss sagen, auch wenn die Steuerung am Anfang ein bisschen nie war, komme ich jetzt eigentlich schon ganz gut damit klar. Also für meine Verhältnisse ist das jetzt wirklich schnell. Werden Sie die Vielfalt und den Artenreichtum unseres schönen Heimatlandes. Melden Sie daher alle Bilder, die Sie hören, um Ihre gerechten Strafe zuzuführen. Tagerspielsland dient für Ihre Aufmerksamkeit. Möge sein Licht und ins Aufmischscheine heilen. Das hat schon gesagt. Sehr gut. Oh, 13.000. Mensch, wir bleiben hier noch richtig reich. Ne Wunderkerze. Die fasselt ja. Ne? So. Kommen wir da mal hier. Na schön. Na schön. Komm. Mach auf die Kacke. So. Guck aus. Genau. Genau. Das Schritsch. So. Für das Zuflucht. Ne, Führerszuflucht. Das ist doch nicht schlecht. So. Ah, der Nebel geht jetzt weg. Sehr schön. Propagas Farm. Führerszuflucht. Haus des alten Isha. Da oben ist das Dorf. Aha. Sehr schön. Wenn wir jetzt hier mal reinzoomen, sehen wir dann noch ein bisschen mehr? Oder? Ah, guck mal. Hier sind die Tiere. Finde und legt die Tiere in diesem Gebiet und benutze ihre Fälle im Herstellungsmenü. Von Toten und Tieren erhältst du außer dem Köder. Er lege die Tiere sauber mit einem Pfeilbolzen und einem Messer, um mehr Fälle zu erhalten. Ja, ein Panzer-Nashorn. Klar. Rot und Wildschwein. Ach, was hier nicht alles für Tiere hier. Hier, Assamark. Dann haben wir hier ein Schabrackentapir. So, das klingt natürlich sehr, sehr positiv. Was haben wir hier? Ein Waffennest. Aha. Beutekiste. Öffne dieses Beutekiste, um Geldmunition und Beutestücke zu finden, die du verkaufen kannst. Kann ich das mal hier? So. Sehr, sehr schön. So. Habe ich mir jetzt den Wegpunkt gesetzt? Da habe ich den Wegpunkt. Aber dann muss man hier runter. Krass. Oh. Sind noch mehr Gegner? AJ, hier ist Sabal. Gute Arbeit bei dem Turmruder. Wir senden jetzt auf der Frequenz und können den Menschen die Wahrheit sagen. Das war ja leicht. So, dann haben wir hier noch was. Komm, Kollege. Komm mal her. Alles, was du hast, will ich haben. Kaugummi. Oh, nicht schlecht. So. Komm mal, wir kriegen noch nie raus. Ja, 5000. Ist auch nicht schlecht. Ja. Was wissen du? Au. Kann ich hier auch rausgucken? Nee. Ja, komm. Gib Gas. Muss man jetzt hin eigentlich? So, mal her. Was kann man jetzt noch machen? Was ist denn hier? Ein Kleiter? Hey, geil. Wir beginnen einfach mal in die Straße. Wo ist der? Da oben? Du Schande. Das will ich jetzt mal noch ausprobieren. Kleider fliegen. Klingt erst mal spannend. Ähm. Ja. Gibt es ja so wie schnellreisen? Oder ist ja alles nur so... Ganz da oben ist der? Wie soll denn hochkommen? Hallo? Na, da werde ich wohl da hoch müssen? Hier ist doch die Treppe, oder? Ist die Treppe kaputt? Oder wie sieht es aus? Wer sagt denn das? Wer sagt denn das? Ich glaube, da... Und hatte ich... Wie soll ich... Ach, hier du? Du willst Geld? Kann ich dir nicht Geld geben? ich hab doch ein bisschen so wie dann über vielleicht ist es ja noch nicht für mich jetzt die gedachte so naja komm wir gucken mal hier lang ob wir da vielleicht zu dem kleider kommen weil ich dafür fast nicht glaube so das ist auch so eine geile technik hier würde ich mir im leben nie trauen war ich nicht so wo ist der kleider hier drüben ich nehme alles mit leute alles also tierschützer tut mir leid hier kleider ist ja geil so damit möchte ich jetzt eigentlich rüber ins dorf fliegen müssen bitte da haben wir jetzt auch den auftrag okay wenn wir gucken wie 30 fliegt mir wird er jetzt schon schlecht so richtung geil das ist ja mal ein anblick hier ich glaube fast ich knalle gegen den berg schüttel also da so hin das war ich nicht naja dann gehen wir mal hier wir haben irgendwo kletteriges ja sagen wir mal für auch immer wissen du find hier dass meine waffe hin kann ich dir helfen möchte hier oben ein bisschen hacken darf ich nicht wirst du mit mir redet ja keiner mit mir wissen jetzt gewesen da war noch was war denn ganz klar hat die banner fuhr ausseher wäre das land glücklich und produktiv da habe ich die leute hier einfach bestehlen das ist hier mein haus ich bin ja hier schlafen oder mann hier naja kommunale unterschlüpfe denkt daran dass die unterschlüpfe gemeinsam kommunaler besitzt des goldenen fahrers sind hier kann ich auch verkaufen ok kommen wir mal wieder schnell kaufen ja auch schon 133.000 das ist doch mal cool munition nachfüllen alle ach du schon krass ist ja was hier mohan gals tagebuch wo haben gales gales denn wohl ja gut kommen wir legen uns mal hin und bringt uns das speichern wir dann oder was ja komm egal fähigkeiten sehr schön tot von oben springen oder falle auf einen gegner unter die und der tiger was kann ich jetzt machen ich darf mir etwas aussuchen oder was heute tag dann das geht automatisch werden du ein tag dann ausfürst so von oben will sich jetzt nicht beim spründen nachladen bewegliches ziel ziel und schießen mit seiner seite machen während du eine gleiche bewegst konzentriertes fahren fahrzeuge halten mehr schaden aus bevor du sie reparieren das ist schon mal sehr gut nach mir halt um auf ihn auf einem elefanten zu reiten das ist ja nicht schlecht weniger schaden durch feuer und explosion damit so viele blätter von einer pflanze reparieren erhöht sich kamera zeichnen sammelbauch objekte an und erhält glaubt es dir sie mit einem wegpunkt zu versehen als 14 oder vier länder gesundheitsfelder wieviel punkte haben wir denn wir haben drei kommen jemand bitte ja und kommt jetzt mal auch noch zur herstellung trage eine beliebige waffe deine beliebige andere waffe dann sind macht du schande seit ganz anders verkraften können hier das kann man kraften geldbeutel trage bis zu 500.000 mit dir ja damit noch was kraften ist schon alles okay nicht verfügbar der zugang zum kobe ist noch nicht verfügbar würde wenn man kann man müssen um den korb freizuschalten okay ja was macht man denn jetzt hier was kann man denn hier noch machen wird es denn hier wird für was zu flucht haus ist alten isha ich würde sagen darf haben wir jetzt mal hin machen da mal ein bisschen stumpf wieso seitdem der mit dem weg so komisch an so leute aber was wir da sehen werden wir dann in der nächsten folge sehen denke ich mal wenn ich auf die zeit gucke ja das würde sich so anbieten das heißt ich wünsche euch schon mal einen schönen morgen miteinander abend eine schöne nacht und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt let's play far cry 4 mit johle bis dahin tschüss